Eigentlich seid ihr doch die Bösen, oder? Also SPD und Grüne, die das damals eingeführt haben. Du hast gesagt, du hast die CDU ja auch bezeichnet als unsoziale Arbeitgeber-Lobby-Partei. Sorry, aber die Grünen haben das damals mit eingeführt. Ja, klar, ich finde schnell fahren auch cool. Aber ich verstehe ja schon, dass es halt auch darum geht, ob es jetzt einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen hat. Und dann finde ich, kann ich auch darauf verzichten, jetzt auf dem Nebensitz zu sitzen, wenn man mit 200 irgendwo drüber fährt. Und damit willkommen zurück zu Teil 2 des Interviews zusammen mit Sarah Lee Heinrich, der Grünen Jugend, die Co-Chefin, Co-Bundessprecherin eben der Jugendorganisation der Grünen Partei. Und in diesem Teil 2 geht es unter anderem auch um die Rassismusvorwürfe, die sie seit Jahren bekommt und von denen ihr auch ganz oft gesprochen habt in der Kommentarsektion im Community-Tab. Also unter anderem geht es darum, aber auch ums Bürgergeld. Also schaut es euch an. Jetzt kommen wir nochmal zur Ja-oder-Nein-Runde. Es ist tatsächlich eher Ja-oder-Nein als Entweder-Oder. Ja. Alle deutschen Gasimporte, Importeure haben wir gerade eben aber auch schon mal kurz gehabt, verstaatlichen? Ja, Energie ist auch ein Grundrecht. Ist wirtschaftliches oder wirtschaftlicher Wachstum und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zusammen ausgeschlossen? Hatten wir auch gerade eben schon mal ein bisschen, aber jetzt nochmal konkreter auf das 1,5-Grad-Ziel bezogen. Darf ich einen Satz dazu sagen auch? Klar. Ich würde sagen, Wachstum ist kein Problem. Das Problem ist, dass wir nicht entscheiden können, wo wir wachsen und wo wir nicht wachsen. Also offensichtlich möchte ich mehr Windräder. Offensichtlich möchte ich mehr Solarpanel. Das ist nichts anderes als Wachstum, der ja auch stattfindet. Und auch irgendwie Wirtschaftswachstum, der stattfindet. Auf der anderen Seite heißt es aber, andere Bereiche sollen ja auch kleiner werden. Und deswegen glaube ich, das Problem ist eher, dass wir nicht demokratisch darüber entscheiden, wo was wächst und wo nicht, sondern dass immer das wächst, was am profitabelsten ist. Und das führt dann dazu, dass der Bahnhof im Dorf nicht aufmacht, weil es sich nicht lohnt. Und dass diese Dynamik, also ein Profit, also ein Wachstum, das nur danach orientiert ist, was am profitabelsten ist, und das 1,5-Grad-Ziel, würde ich sagen, ist inkompatibel. Das war ein sehr langer Satz. Entschuldigung. Also, ist es inkompatibel? Also nein. Nach Profitmaximierung ausgerichtetes Wirtschaftswachstum und das 1,5-Grad-Ziel sind nicht kompatibel. Wachstum und das 1,5-Grad-Ziel schon. Reichen dir die Ziele der Cannabis-Legalisierung, die jetzt kürzlich in einem kurzen Papier vorgestellt wurden, aus? Ich habe mir das Papier, das vorgestellt wurde, vielleicht auch deswegen, weil es bei Timon auf dem Tisch liegt, noch nicht genau angeschaut. Ich finde es gut, dass die Cannabis, also es stand ja erst zur Debatte, ob es überhaupt jetzt noch stattfindet oder ob man jetzt andere Probleme hat oder was das Zitat war. Also gut, dass es stattfindet auf jeden Fall. Manchmal bin ich schon ein bisschen genervt davon, weil ich das Gefühl habe, dass die, also ich finde es gut, dass es kommt, aber ich habe schon das Gefühl, dass die FDP jetzt so denkt, ah, wenn wir jetzt Cannabis-Legalisierung machen, dann vergessen alle Leute, dass wir eigentlich in ganz vielen anderen Bereichen total viel Unsinn bauen und das stellen wir jetzt nochmal dahin. Oder die Grünen viel Unsinn bauen. Ja, also wie gesagt, ich nehme die Leute da nicht aus der Pflicht, aber gerade eine FDP hausiert damit gerade viel. Ich finde eine Cannabis-Legalisierung ja auch richtig. In Aktien investieren, du persönlich, ja oder nein? Nee. Warum? Leute denken immer, ich kriege ein Bundestagsgehalt, aber ich habe einfach nicht so viel. Du bist ja nicht im Bundestag. Genau, ja, aber Leute denken immer. Will ja nicht. Nee, will auch nicht, ist auch gut, will auch nicht, aber ich habe einfach kaum Geld, um gerade meine Rechnung Ende des Monats zu bezahlen, da kommen jetzt Aktien, Investitionen nicht in Frage. Kaum Geld ist tatsächlich ein gutes Stichwort, Klammer auf, leider, Klammer zu, zum Bürgergeld tatsächlich. Ihr wollt ja mehr Geld, also mit ihr meine ich jetzt die Bundesregierung und ihr seid, also ich glaube, du kannst es gut trennen, aber ihr wollt ja mehr Geld pro Monat den Menschen geben. Für eine bestimmte Zeit wollt ihr auch keine Sanktionen dann auferlegen, wenn man sich nicht an Regeln hält oder wenn man nicht den Job annimmt, der sozusagen vorgelegt wird. Das Angesparte soll größtenteils erstmal nicht mehr angetastet werden. Erklär mir mal bitte, warum ihr das eigentlich fair findet, dass man auf das Angesparte nicht mehr zurückkommt, selbst wenn man Bürgergeld bekommt. Warum ist das fair? Also ich habe sehr viel Kritik am Bürgergeld, aber wahrscheinlich eher von links quasi. Also ich finde auch, das ist jetzt keine richtige Abschaffung von Hartz IV, sondern eine okaye Reform, wo es an vielen Stellen fehlt. Aber zu diesem Schonvermögen, das ist ja auch kein Schonvermögen für immer, aber erstmal, stell dir mal vor, jemand arbeitet so 20 Jahre, auch für so seine Altersvorsorge und wir reden ganz viel jetzt über Transformation, blablabla. Man muss ja irgendwie nur einmal gefeuert werden und einmal nicht den richtigen Anschlussjob finden und schon ist man in Hartz IV, weil diese Zeiten, bis man in Hartz IV reinrutscht, das geht einfach ziemlich schnell und dann wollen Leute ja einen neuen Job finden. Also ich gehe da von einem positiven Bild aus, gerade wenn jemand zum Beispiel lange gearbeitet hat und sich viel angespart hat, möchte ich nicht, dass er das sofort abgeben muss, sondern finde ich es gut, die Person dann eben abzusichern und dafür zu sorgen, dass sich so schnell wie möglich wieder einen Job befindet. Aber die können das Geld ja trotzdem dafür verwenden. Man kann ja auch sagen, Leute, macht euch darauf gefasst, dass man auch arbeitslos sein kann, spart halt mal ein bisschen darauf an. Aber gerade haben Leute ja fast, also die reale Situation ist ja eher, dass Menschen kaum Rücklagen haben oder also du hast mich gerade gefragt, ob ich mir Aktien anlegen kann. Also Leute haben gerade eher zu wenig Geld, um über den Monat zu kommen und wenn Menschen sich was ansparen, dann ja meistens eben schon mit dem Blick auch darauf, wie das wird, wenn man zum Beispiel in Rente ist oder für andere Sachen. Also ich finde das wirklich vollkommen in Ordnung, Menschen über eine Übergangszeit abzusichern, weil es ja jetzt nicht darum geht, dass irgendwelche Millionäre anfangen Hartz IV zu beantragen, weil sie nicht arbeiten gehen, sondern meistens geht es um hart arbeitende Menschen, die sich was auf die Kante gelegt haben und dann plötzlich arbeitslos werden, weil es so schnell jeden treffen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht unser großes Problem. Du kennst ja sicherlich den Vorwurf von vielen, gerade von der CDU, CSU, Bürgergeld würde dazu einladen, faul auf dem Sofa rumzuliegen. Es gibt tatsächlich einige Studien, für alle, die sich jetzt fragen, warum ich vielleicht auch nicht noch kritischer danach frage, aber tatsächlich gibt die Studienlage, diese Behauptung der CDU, CSU ja auch gar nicht her. Es gibt aber trotzdem, es gibt ein paar Zahlen, aber es gibt vor allem eine, die besagt, ungefähr drei Prozent der Hartz-IV-Empfänger nutzt das System aus, liegt faul auf dem Sofa rum. Man kann jetzt sagen, okay, drei Prozent, das muss man in Kauf nehmen, das existiert, es wird immer Leute geben, die das System irgendwie ausnutzen. Man kann aber auch sagen, okay, um erstens natürlich diesen Leuten dieses Ausnutzen des Systems zu nehmen und zum anderen vielleicht aber auch dem politischen Gegner die Zahlen oder die Argumentationsstruktur zu entnehmen, könnte man auch sagen, okay, was macht man jetzt gegen diese drei Prozent? Wie geht man davor, dass die Leute das wirklich nicht ausnutzen und wie kann man diese Menschen noch erreichen? Welche Vorstöger hast du da? Ich verstehe die strategische Überlegung, aber das Problem ist ja, dass… Nimm die strategische Überlegung weg, sei nur bei den Leuten, die nicht arbeiten. In dem Moment, wo du versuchst, dann diese drei Prozent noch zu piksen, bestrafst du aber, also bestrafst du halt so viele andere Leute mit. Nee, warum? Du kannst ja, du kannst ja, ich meine, du kannst ja speziell dafür auch eigene Programme und Regeln auflegen. Aber ganz viel, also wenn wir in der öffentlichen Debatte, denken dann Leute nicht nur an diese drei Prozent Ausnutzer. Es gibt zum Beispiel Menschen, die kriegen Termin beim Jobcenter und gehen nicht hin. Und dann könnten wir jetzt sagen, das sind wohl diese ominösen drei Prozent. Aber hinter den Menschen, die zum Beispiel zu einem Termin beim Jobcenter nicht erscheinen gerade, könnten sich auch Menschen verbergen, die psychisch krank sind. Genau, aber das kann man ja herausfinden. Ja, aber gar nicht so einfach offensichtlich. Weil alle ja ein Interesse daran haben, diese Gruppe zu erwischen, aber dabei dann immer sehr viele andere mitbestraft werden. Wir haben gerade eher, finde ich, ein Problem damit, dass wir super viele Menschen in Hartz IV haben. Erstmal ein großer Teil der Ehe arbeitet. Das geht ja immer unter. Richtig, arbeitslos sind ja nur ein bisschen mehr als ein Drittel der Menschen in Hartz IV. Und die Menschen, die arbeitslos sind, die sind zu großen Teilen total unfreiwillig arbeitslos. Die wollen einen anderen Job finden und finden keinen. Die haben nicht die passende Qualifikation. Und dann muss ich sagen, nee, dann halte ich mich nicht mit den drei Prozent auf. Sondern warum schaffen wir es nicht, diese ganzen Menschen in unfreiwilliger Arbeitslosigkeit in den Job zu kriegen? Warum schaffen wir es nicht, dafür zu sorgen, dass diese eine Million Aufstocker nicht mehr in Hartz IV sind? Und das ist dann der Fokus. Weil ein Tag hat 24 Stunden und wenn ich mich überlege, auf wen ich mich fokussiere, dann darauf. Hast du denn das Gefühl, dass die Jobcenter beispielsweise, oder haben die die Kapazitäten deiner Meinung nach? Erstens, gegen sowas vorzugehen und zweitens, ihr wollt das ja am 1. Januar über den Tisch sprechen. Es soll ja, wenn es nach der Regierung geht, am 1. Januar in Kraft treten. Können die Jobcenter das überhaupt? Also haben die da die Kapazitäten für, auf so einen Strukturwandel innerhalb von, ich gucke auf die Uhr, wir nehmen am 17.11.2022 auf. Es sind noch eineinhalb Monate, Weihnachten liegt noch dazwischen. Jetzt mal ernsthaft, wie soll das klappen? Rein arbeitstechnisch, bürokratisch? Ne, ich finde, ich finde total die valide Kritik. Das ist ja auch das Schlimme daran, dass so Reformen, von denen man eigentlich von Anfang an weiß, dass sie stattfinden sollen, dann immer weiter nach hinten geschoben werden. Egal, ob Gaspreisbremse oder Bürgergeld. Dass das nicht ohne Ruckeln passiert und dass es dann auch braucht, sich einzustellen, das wird so sein. Und ich finde, da ist der Anspruch ans Jobcenter, denen dann zu sagen, jetzt brecht das mal übers Knie das Falsche, weil eigentlich hätte die Bundesregierung auch die schon davor lange wissen müssen, dass sie das ändern müssen. Aber der andere Punkt, den ich da relevanter finde, ist, haben Jobcenter generell genug Kapazitäten, sich richtig um die Menschen zu kümmern, sich auf die Menschen einzulassen? Werden die Leute im Jobcenter eigentlich anständig bezahlt? Arbeiten da genug Menschen zum Thema, wo braucht es eigentlich vielleicht mehr Stellen in der Gesellschaft? Ich war ja selbst im Jobcenter. Also ich habe ja von Hartz IV gelebt. Und die Leute im Jobcenter, das sind ja nicht die Bösen in der Geschichte, sondern die arbeiten unter vollstrengen Auflagen mit vielen Menschen zusammen. Wer sind denn die Bösen? Wer sind denn die Bösen? Also ich würde sagen, es war halt einfach falsch, Hartz IV so zu beschließen. Und Hartz IV ist nicht im Vakuum entstanden, sondern es gibt einen Grund, warum Arbeitgeberverbände gerade jetzt ein Problem anmelden. Weil Hartz IV und der Niedriglohnsektor einfach so doll zusammenhängen. Eigentlich seid ihr doch die Bösen, oder? Also SPD und Grüne, die das damals eingeführt haben. Du hast gesagt, du hast die CDU ja auch bezeichnet als unsoziale Arbeitgeberlobbypartei. Sorry, aber die Grünen haben das damals mit eingeführt. Und die CDU und CSU sind darauf nur mitgefahren. Seid ihr nicht eigentlich die unsoziale Arbeitgeberlobbypartei? Ich würde sagen, in dem Fall haben sich Grüne und SPD verhalten wie zwei unsoziale Arbeitgeberlobbyparteien. Und warum sollte man euch vertrauen, dass das jetzt sich nicht geändert hat? Viele Menschen haben das Vertrauen in viele Parteien, vor allem auch in Grüne und SPD verloren. Ich habe da gar nichts. Ich würde sagen, dass die SPD und die Grünen dafür zuständig sind, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Und ich würde auch sagen, auch mit der Bürgergeldreform machen sie es nur teilweise. Weil ich zum Beispiel verbringe viel Zeit in Menschen unter Hashtag Ich-Bin-Armuts-Betroffenen. Betroffene, wenn du die fragst, was die von der Bürgergeldreform halten, dann sagen die halt so, ja, von 50 Euro kann ich jetzt trotzdem nur knapp meinen Einkauf bezahlen. Und ich wurde so lange sitzen gelassen und das fängt es eigentlich alles gar nicht auf. Diese Reform ist noch unzureichend und da muss man jetzt Vertrauen zurückgewinnen. Ich finde das total verständlich, dass Leute hütend auf die Grünen und SPD sind. Und wir haben auch darunter gelitten. Und du hältst die Argumente der CDU und CSU von wegen Niedriglohnsektor, sorry, Arbeit muss sich wieder lohnen oder Arbeit muss sich immer mehr lohnen als das. Genau, über den Niedriglohnsektor reden sie ja eben nicht. Das ist ja das. Den ihr aber auch mit gestaltet habt. Genau, den haben wir auch mit gestaltet und der gefällt der CDU auch. Und ich finde… Da kann die CDU ja eigentlich dankbar sein an euch. Ja, voll. Und es ist total schlimm und deswegen muss halt das Ziel sein, den Niedriglohnsektor auszutrocknen und dafür zu sorgen, dass alle Menschen eine Arbeit haben, von der sie wirklich gut leben können. Und da reiche ich der CDU gern die Hand. Ich gebe gerne eine gemeinsame Pressemitteilung mit Friedrich Merz für einen höheren Mindestlohn raus. Aber wann fordern sie das? Wann unterstützen sie das? Sie waren die ganze Zeit in der Regierung und wollten nichts davon wissen, den Mindestlohn zu erhöhen. Und gerade wenn es um solche Fragen geht, steht gerade die CDU auf der Bremse. Ich will die Grünen und ich bin wirklich die letzte Person, die die grüne Partei verteidigen möchte und auch die SPD verteidigen möchte in dieser Frage. Aber auch eben nicht die CDU. Wie hätte denn dein Nonplusultra des Bürgergelds ausgesehen? Welche drei anderen, beispielsweise drei anderen Sachen, müssen sich deiner Meinung nach noch verändern? Dass es wirklich eine gute Reform ist. Du hast gerade eben gesagt, es ist so eine Semi-Reform. Also da bin ich mir auch noch nicht sicher, wie die Regierung damit umgehen möchte. Aber Punkt eins, wir haben gerade über die Jobcenter geredet. Massives Aufstocken der Jobcenter. Das sollten keine Gruselorte in Städten sein, sondern es sollten die schönsten Orte sein. Mit richtig großen, guten Weiterbildungsprogrammen und auch einem Personal, das damit umgehen kann dann quasi. Das wäre Nummer eins? Genau. Ich weiß, es gibt mehr Forderungen, aber lass uns mal auf drei konzentrieren. Okay, Jobcenter sollen kein Gruselort sein, sondern Wohlfühlzentren inmitten von Städten? Ja, nicht Wohlfühlzentren, aber Orte, wo man, wenn ich einen Job verliere, will ich denken, ich gehe jetzt ins Jobcenter und ich habe das Gefühl, da sind jetzt Leute, die können mir richtig gut helfen. Und damit sie das machen können, damit es nämlich nicht Zuckerbrot und Peitsche ist, bin ich immer noch dafür, alle Sanktionen abzuschaffen, weil die Wirksamkeit von Sanktionen, die sind wieder dabei, wen fängt man dadurch, wen nicht, wirklich umstritten ist, auch in der Studienlage sehr, sehr umstritten ist. Und ich glaube, dass es ein zentrales Problem gibt eigentlich bei so Jobcenter und Betreuung. Wie willst du der Person vertrauen, die dich auch bestraft? Und deswegen fände ich es sehr viel wichtiger, dass es in Jobcentern halt um diese Frage von Weiterbildung geht, dass da Vertrauensverhältnisse stattfinden können und dass nicht dieselbe Person das Geld auszahlt, die es dir auch wieder wegnimmt. Und drittens, die Regelsätze müssen höher, dazu gab es jetzt wieder eine neue Studie, das eigentliche Existenzminimum liegt bei sieben, also ungefähr 700 Euro, der Parität hat jetzt gesagt 725. Und da denkt man sich jetzt im Angesichts der Debatte ja eher, okay, dann lohnt sich Arbeit ja gar nicht mehr, aber umgedreht wird ein Schuh raus, wenn es wirklich so ist, dass wir das Lohnabstandsgebot da nicht einhalten können. Wir verdienen einfach zu wenig Geld und auf der anderen Seite entstehen schon immer noch sehr große Profite, gerade die, also ich denke da jetzt nicht mal so an die kleinen und mittleren Unternehmen, sondern gerade große Unternehmen könnten sich leisten, Menschen sehr viel besser zu bezahlen, aber machen es nicht. Okay, also kein Gruselort, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber Wohlfühlzentren inmitten der Städte, du wolltest die Sanktionen komplett abschaffen und, sorry, jetzt habe ich das letzte tatsächlich. Höhere Regelsätze, die wirklich existenzsicherhaft sind. Okay, dann haben wir das Soziale ein bisschen abgeschlossen. Lass uns noch auf ein paar andere Fragen zu sprechen kommen, die noch von meiner Community tatsächlich kamen. Unter anderem, eine Frage, die habe ich jetzt nicht hier aufgeschrieben, weil ich sie ursprünglich gar nicht mit reinnehmen wollte. Und ich bin jetzt mal so transparent, wir haben natürlich vor diesem offiziellen Interview noch ein kleines Vorgespräch geführt. Und da habe ich dir gesagt, ja, es wurden auch ganz viele Fragen gestellt dazu, Sarah Lee Heinrich, bist du rassistisch? Aufgrund von Aussagen, die du vor sehr langer Zeit mal getroffen hast. Ich habe dir gesagt, ich glaube, ich würde darüber tatsächlich weniger sprechen, weil ich das Gefühl habe, ganz persönlich, dass diese Geschichte schon oft auserzählt wurde. Aber trotzdem, warum, vielleicht kannst du selbst noch mal erklären, was du damals gesagt hast, was du damit gemeint hast und ob du rassistisch bist. Ja, also diese eklig weiße Mehrheitsgesellschaftsgeschichte, das war ja ein Talkformat, da war ich so 17, 18 bei Karakaya Talk. Da ging es darum, ob die Klimabewegung zu weiß ist und ob das so ein Problem ist, was ja immer wieder so eine Debatte ist. Weil es tatsächlich ja so ist, dass gerade auch von einer grünen Partei, von einer Klimabewegung sich oft vor allem, also auch bei Fridays for Future gibt es ja auch Studium, sind mehr Gymnasiasten zum Beispiel auf der Straße als jetzt Menschen von der Real- oder von der Hauptschule. Und darum ging es irgendwie aber mit diesem Aufhänger weiß und nicht weiß. Und eigentlich saß ich schon da in der Talkshow und war so ein bisschen so, ja, ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt, dass sie zu weiß ist, die Klimabewegung, aber schon, dass man halt eine soziale Frage nicht gut genug bedient und eigentlich hängt es ja zusammen. Also gerade die Menschen, die am wenigsten verdienen, sind meistens Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ich habe aber auch so, würde ich sagen, ein bisschen vor mich hingestammelt, weil so richtig gut erklären konnte ich es nicht. Und man hat so diesen ganzen Diskurs, sind weiße Menschen jetzt schuld, was mit Rassismus, Critical Whiteness. Und da saß man da und dann habe ich mich, würde ich sagen, unglücklich ausgedrückt. Dafür habe ich mich auch schon entschuldigt, weil ich dann nämlich gefragt wurde, ob ich glaube, dass Greta Thunberg auch so erfolgreich gewesen wäre, wenn sie nicht weiß gewesen wäre. Und da habe ich gesagt, nein, weil wir in einer eklig weißen Mehrheitsgesellschaft leben, in der die Zugehörigkeit über die Hautfarbe bestimmt wird. Und Menschen können sich einfach besser mit ihr identifizieren. Das war der gesamte Satz. Und was ich damit, und das Wort eklig war da komplett fehl am Platz. Und ich habe auch, würde ich sagen, ein bisschen vor mich hingestammelt, deswegen als Elke Heidenreich gesagt hat, die hat ja gar keine Worte, die kann ja gar nicht sprechen. Ja, war falsch. Und dahinter steckt aber natürlich schon eine größere Frage. Und zwar, wie funktioniert Rassismus? Sind weiße Menschen schuld an Rassismus? Das ist ja eine ganz andere, größere Debatte, die da irgendwie drunter steckt. Und da habe ich auch einfach dazugelernt über die Jahre. Und deswegen ist es mir manchmal, also ich bin gar nicht so, jetzt kriege ich irgendwie Hate-Nachrichten. Es ist mir auch manchmal ein bisschen peinlich einfach, diesen Ausschnitt immer wieder zu sehen, weil ich das nicht mehr so sagen würde. Jetzt gibt es ja Politiker wie Friedrich Merz beispielsweise, die ja Wörter verwenden wie, ich glaube, was war es, Asyltourismus? Sozialtourismus. Entschuldigung, Sozialtourismus. Er hat sich auch dafür entschuldigt, hat auch gesagt, das war falsch. Und trotzdem wird es ja dann von der wiederum linken Seite, wenn man mal in den Spektren jetzt denkt, oder auch von euch weiterhin kritisiert. Du forderst, aber du forderst ja, oder was heißt forderst, aber du entschuldigst dich und du bist ja weiter in deinen Ämtern dann auch geblieben oder wurde es jetzt auch nochmal bestätigt. Warum ist das dann in dem Fall okay und in seinem Fall nicht? Also ich glaube, ich bin nicht der Richter über die eigenen Aussagen, die ich so getätigt habe. Ich verstehe auch, dass das Leute verletzt hat, das so zu hören, auch wenn es natürlich so war, dass es halt so Zusammenschnitte gab, die halt so aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Das Ding ist ja, und das meine ich mit dem unterliegenden Konflikt, der Grund, warum es mir ja jetzt auch so ein bisschen peinlich ist, dieses Video ständig zu sehen, ist, weil ich auch meine Analyse davon, wie funktioniert Rassismus, oder glaube ich, weiße Menschen sind irgendwie schuld daran, geändert habe. Und ich wollte das nicht sagen als Türöffner quasi, also das ist ja was, würde ich schon sagen, Konservative oft machen. Das schlimme Wort sagen, dann sagen, nee, also Sozialtourismus meinten wir schon nicht. Aber ich glaube, das mit den ukrainischen, also dann das dahinter dann trotzdem noch vertreten. Ich glaube, das mit den ukrainischen Geflüchteten ist schon trotzdem ein Problem. Und ich würde halt sagen, nee, es tut mir leid, ich habe mich nicht nur, also ich habe mich falsch ausgedrückt. Und diese Aussage passt in eine Analyse, die ich nicht teile. Und ich finde, dass man Rassismus nicht dadurch bekämpft, weißen Menschen die Schuld dafür zu geben, sondern ich glaube, Rassismus, es ist am Ende des Tages eine soziale Frage. Und eine migrantische Pflegekraft und eine nicht-migrantische Pflegekraft, die haben mehr gemeinsam, als sie trennt. Und man sollte das zusammenbringen und da nicht trennen und nicht spalten. Und das heißt, ich bin ja auch von dem, was man vielleicht dahinter erwartet, Also, ob ich rassistisch bin. Wie seht ihr das? Habt ihr das Gefühl, dass es Doppelstandards vielleicht gibt? Ja, also die Konservativen können Sachen nicht sagen und sind sofort verbrannt, während Leute wie sie, wie Sarah Lee Heinrich, Sachen sagen kann. Und dann wird ihr schon irgendwie verziehen. Schreibt mir eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare. Aber glaubst du nicht auch, dass, ich meine, ihr steht als Politiker in Fernsehsendungen, in Pressekonferenzen, wo auch immer, ihr steht unter Druck. Hast du aber nicht auch das Gefühl, dass manchmal, lass es jetzt die CDU sein, und lass es auch die FDP sein, oder wir auch immer konservativere Politiker, dass die nicht auch manchmal was sagen, wo sie im Nachhinein denken, ach, hätte ich das jetzt mal nicht gesagt. Nee, das finde ich auch in Ordnung. Weil du hast ja gerade Friedrich Merz unterstellt, oder du hast gerade generell allen Konservativen unterstellt, dass sie im Zweifelsfall vielleicht doch so denken. Ich habe nicht allen Konservativen unterstellt. Du hast Konservativen im Zweifelsfall, glaube ich, hast du gesagt, oder sowas in die Richtung. Aber ich würde schon sagen, natürlich können die auch Fehler machen. Und ich finde es auch richtig, wenn Leute sich aufrecht für etwas entschuldigen, dann ist das ja auch gut. Und dann, finde ich, müssen dann aber auch Worte und Taten zusammenpassen. Welche Taten hast du folgen lassen? Naja, also ich mache mich zum Beispiel für einen Antirassismus stark, der jetzt nicht spaltet in weiß und nicht weiß, sondern versuche, eine verbindende Perspektive da eher aufzumachen, mehr über diese, weniger jetzt über Critical Rightness zu reden und mehr über die soziale Frage hinter Rassismus und versuche mich für genau diese Perspektive stark zu machen. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht die, die am bekanntesten dafür ist, 10.000 identitätspolitische Debatten am Tag vom Dings zu reißen, weil es nicht so mein Ding ist. Und ich versuche mich da ja auch in so eine Debatte einzubringen. Und das ist halt das, was ich am besten, also das ist, finde ich, das, was dann halt auch nur richtig ist an der Stelle. Und dass man schon auch sieht, dass immer mal wieder Begriffe in eine Debatte geworfen werden, dann rudert man zurück, aber nicht wirklich. Das ist schon was, was ich beobachten kann. Und dann frage ich mich halt so, okay, wenn es einem Friedrich Merz leid tut, wo ist jetzt sein engagierter Einsatz für die ukrainischen Geflüchteten in der öffentlichen Debatte? Und das ist ja dann doch verstummt. Und das ist der Vorwurf, den, finde ich, hätte man mir dann auch machen können. Und vielleicht machen mir den auch immer noch Leute. Ich verstehe auch, dass Leute immer noch wütend sind wegen der Aussage. Aber das meine ich mit Worten statt Taten. Taten statt Worte. Kasum Null fragt noch, siehst du Identitätspolitik, du hast es gerade eben auch erwähnt, als Teil der heutigen gesellschaftlichen Spaltung? Anstelle der Fokussierung auf die Gemeinschaft wird hier wieder differenziert zwischen Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung etc. Ist das nicht die Basis einer bedenklich rassistischen Ideologie? Also ich habe schon das Gefühl, dass die meisten identitätspolitischen Debatten, zum Beispiel die Winnetou-Debatte, das ist so, es sind ja so Kulturkämpfe, die dann da so ausgetragen werden. Wir kennen das auch von der USA. Und auch diese Gender-Debatte beispielsweise. Ich habe das Gefühl, Friedrich Merz und Co. reden mehr über das Gendern als eine Rekala Lang. Und die redet dann halt eher darüber, wie es jetzt eigentlich Pflegekräften und so geht. Ich würde schon sagen, dass es da auch eine Tendenz, auch in der politischen Linken gibt und gab, da sehr viel auf diese Themen zu setzen. Die haben, finde ich, auch ihre Berechtigung, weil sich eine Gesellschaft verändert. Aber ich vertrete auch die Position, dass es nicht unbedingt die Hauptkonfliktlinie in der Gesellschaft ist. Ich würde immer noch sagen, dass die zwischen oben und unten verläuft. Wenn ich mich jetzt verhalten soll wie eine Altbank, eine Gewerkschafterin, würde ich sagen, Klassen statt Kulturkampf quasi. Also es ist eher darum geht, das Verbindende zum Beispiel zwischen Beschäftigten zu suchen. Und da, ich denke da an so Bernie Sanders Kampagnen, da liefen halt Industriearbeiter neben den Leuten von Fridays for Future und die Black Lives Matter Leute gemeinsam, weil sie irgendwie eine gemeinsame Perspektive hatten. Das war mega verbindend. Und das sind Dinge, die mich inspiriert haben politisch. Räumst du denn persönlich, wenn wir mal bei Winnetou beispielsweise bleiben, räumst du denn Leuten, die vielleicht erst mal sagen, okay, das war mir gar nicht klar oder jetzt kommt ihr da um die Eck und sagt, das ist nicht mehr okay. Räumst du diesen Leuten persönlich überhaupt, ich sag mal, Bedenkzeit ein oder Verarbeitungszeit ein, dass sie vielleicht darüber nachdenken und verstehen? Oder ist das bei dir so, okay, du verstehst das nicht, also ciao? Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, ich bin, ich bin bei, also meine Mama und ich sind Hartz IV aufgewachsen. Ich habe viele Freunde, die jetzt nicht alle Sozialwissenschaften studieren und wenn ich zu denen komme und so auch migrantische Freunde und sage denen so, ja, wir als BIPOCs, dann sagen die mir, was bedeutet BIPOC? Also, weil es eine akademische Debatte ist. Und ich finde es total, es ist total die Berechtigung, dass das auch diskutiert wird, aber dass da Leute auch andere Ansichten zu haben, dass da Leute nicht so viel mit anfangen können, dass Leute nicht richtig, manchmal kommentieren mir Leute drunter, dass ich das Gendern vergesse, weil ich es dann irgendwann mal nicht bedacht habe. Das ist mir einfach alles nicht so wichtig. Jemand anderes wollte noch wissen, auch zu kultureller Aneignung, wie du dazu stehst, das haben wir, glaube ich, jetzt eingeordnet und will auch noch wissen, er findet oder ich finde, sagt die Person, dass Kultur geteilt werden sollte. Ja, ich glaube, daran ist jetzt erstmal nichts Falsches, dass man ja miteinander auch Dinge teilt und dann irgendwie zusammenwächst. Den Punkt, den ich, glaube ich, schon verstehen kann, ist das, was zum Beispiel auch ich kenne, so als so schwarze Frau, zu sehen, dass Menschen, also die, die ihre Kultur selbst ausleben, dafür diskriminiert werden. Also es gibt ja die Geschichten davon, wie schwarze Frauen, wenn sie sich die Haare geflochten haben, so keine Jobs bekommen haben in Großbritannien und den USA, aber wenn dann Kim Kardashian das macht, dann ist es einfach nur cool und ein Werbedeal, also dass da quasi so Profit aus so einer Kultur geschlagen wird. Aber erstmal, ja, also wie gesagt, ich hatte dazu auch ganz starke Meinungen, als ich, also noch vor ein paar Jahren, ich finde es auch okay, aber es... Du klingst ein bisschen, so wir haben ja darüber gesprochen, über die Grünen und dass die Grünen vielleicht manchmal gar nicht so wissen, wofür sie stehen. Du hast gerade gesagt, ha, du hattest mal eine ganz klare Meinung dazu, jetzt aber irgendwie... Ja, aber ich habe halt zu anderen Sachen eine klare Meinung. Ich habe halt zu... Und ich finde halt schon, dass man sich als politische Linke manchmal ein bisschen ablenken lässt von so Hauptwidersprüchen, die, also Haupt nehmen, das ist in der Linke-Debatte jetzt, aber von so Widersprüchen, die in der Gesellschaft ganz klar sind. Und das ist für mich die soziale Frage. Und ein Tag hat 24 Stunden. Und wenn ich mich jetzt frage, ob ich mich mit dem Gendern auseinandersetze oder damit, dass bald neue Streiks von Beschäftigten stattfinden, dann nehme ich doch meine volle Energie und setze sie darauf. Ich finde, das ist nicht entscheidend. Ich finde, das ist priorisierend, was man jetzt gerade, worauf man jetzt gerade in den Fokus setzt und sich auch nicht ablenken lassen von Sachen, die einem vielleicht gerade von rechts immer wieder auf den Tisch gehauen werden, wie zum Beispiel Gender- und Winnetou-Debatten. Leute sollen gendern, wenn sie nicht gendern, ist es mir egal. Aber mir ist es nicht egal, wenn ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten einen geringen Lohn auszahlt. Mir ist es nicht egal, dass BAföG immer noch viel zu niedrig ist, damit die Menschen über den Monat kommen oder dass das Geld, was Jugend-, also das Geld, was StudentInnen und Azubis bekommen, diese 200 Euro, erst nächstes Jahr ausgezahlt werden. Jetzt hast du übrigens zum ersten Mal gegendert. Entschuldigung. Jetzt wollen wir darüber sprechen. Das ist mir alles nicht egal. Das ist mir alles total wichtig. Aber es gibt eben viele Themen und das ist mein Fokus. Vielleicht noch eine Frage, die jetzt ein bisschen davon abweicht, aber ich fand sie ganz spannend und würde sie dir gerne noch stellen. RH bezieht sich nochmal auf eine politische Frage. Er würde gerne wissen, ob das Angebot Tempolimit gegen Atomkraft verlängern, du hast gesagt, dass du eng bei den Koalitionsverhandlungen mit dabei warst, Tempolimit gegen Atomkraft verlängern, Angebot von Lindner. Ob ihr oder ob du persönlich darauf eingehen würdest, du kannst natürlich jetzt nicht unbedingt für die ganze Partei sprechen, aber da meinte er oder sie, da würden direkt zwei rein ideologische Themen abgeräumt sein und werden. Aber würdest du das in Kauf nehmen? Also Tempolimit gegen, sagen wir mal, Atomkraft bis Ende 2023? Dadurch, dass wir die Atomkraft für die Energiesicherheit aber nicht brauchen über das, was wir jetzt machen? Nee. Also ich finde, das ist ein Tausch nichts gegen etwas. Und Tempolimit hilft ja schon auf der einen Seite für so Sicherheitssachen und auf der anderen Seite für so CO2. Aber dass wir die Atomkraft dann nicht mehr brauchen, ist jetzt klar und deswegen finde ich es eine Ablenker-Debatte. Ablenker-Debatte, okay. Also kein Tempolimit. Ja, ich finde ein Tempolimit schon. Bist du eigentlich dafür? Ja, ich finde ein Tempolimit schon so. 130, 140, 100. Also ich muss persönlich sagen. Du fährst gerne schnell Auto. Ich hatte damals kein Geld, um Führerschein zu machen. Wie gesagt, Hartz IV, da hat man einfach nicht so viel Erspartes, weil man nicht so viel dazu verdienen kann. Und deswegen konnte ich meinen Führerschein damals nicht machen, weil ich mich zwischen Auszug und Führerschein entschieden habe und dann habe ich mir eine Küche gekauft stattdessen. Aber ja, klar, ich finde schnell fahren auch cool. Aber ich verstehe ja schon, dass es halt auch darum geht, ob es jetzt einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen hat. Und dann finde ich, kann ich auch darauf verzichten, jetzt auf dem Nebensitz zu sitzen, wenn man mit 200 irgendwo drüber fährt. Ich bin mir sicher, da hast du mit Linden eine Gemeinsamkeit. Der könnte dich doch eigentlich in seinem Porsche mal mitnehmen. Ach ja, ich weiß nicht. Nur wenn wir uns engagiert über seine Finanzpolitik streiten können. Ich finde das, also ich mag es nicht, schnell Auto zu fahren. Ich bin kein, vor allem nicht als Beifahrer, aber ich wäre gerne dabei, bei dem Interview von Marc, zusammen mit Christian Lindner und Sarah Lee Heinrich, ich sitze gerne auf dem Rücksitz und stelle die Fragen, während ihr mit 220 Sachen nachts über die Autobahn feuert. Also noch ist es ja erlaubt. Von daher. Schauen wir mal. Sarah Lee Heinrich, vielen lieben Dank für deine Antworten, deine Zeit. Ich glaube, da war einiges dabei, worüber man sich streiten kann oder was finde ich persönlich auch spannend war. Ja, danke dir für deine Antworten. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Und wenn ihr Teil 1 verpasst haben solltet, dann schaut jetzt hier mal rein, da findet ihr es nämlich verlinkt. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, unterstützt ihn auch und abonniert ihn für mehr Interviews. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal schon wieder. Tschüss.